Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ne, ne, ne. So nicht. So. Also wir sind hier erst einmal soweit fertig. Angeblich. Was haben wir denn hier? Eine versperrte Tür. Sieht interessant aus. Reveglio. Okay. Eine Kiste. Natürlich kommen da noch mehr. Wow. Alter, was war denn das jetzt wieder? Reveglio. Okay. Was war's? Keltisches Gewand. Aha. Oh. Luftballons. Hup. Da sind auch welche. Reveglio. Okay. Interessant, dass das noch nicht zu dem Gebiet da oben dazu gezählt hat. Was? 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 Mann. Und das sind die nächsten. Die Landeplattformen werden halt wieder schwierig, weil die muss man halt auch mal erkennen können in der Landschaft. Reveglio. Okay. Okay. Egal. Muss ja nicht in einer Reihenfolge sein, zum Glück. Und dort sind die nächsten. Und dort gibt's halt die Magie auch noch, dass wir uns auch gleich holen. Und da ist eine Prüfung Merlins, die werden wir auch gleich erledigen. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Sind wir schon wieder so weit im Süden? Ah, scheinbar. Da ist ja schon der Berg. Und da hinten geht's schon, äh, in den Süden zur Küste. Das war's wohl noch nicht. Ah, ja. Da wäre selbst Merlin stolz. Was? Oh, nein. Hallo! Rebellion! Wo war denn das jetzt? Spinnig? Da sind wir! Wer hier wohl gelebt hat? Hm... Okay, wir können doch irgendwie... ...rein... Ah ja, hier können wir ran. Puh, wie kommt man da ran? Ah, von innen muss man da scheinbar... Nein! Geht das Tor da noch auf, oder? Nö, okay. Das hat nichts gebracht, wie es aussieht. Kommt trinken! Oh ja, kein Ding mehr. So, da hier. Okay. Ja, rauflassen muss man hier aber auch, gell. Okay. Ah, okay. ...verstehe. Das war nicht allzu schwierig. So, es wird dunkel. So, es wird dunkel. Prüfung! Ah, die wieder anzünden. Einer ist hier. Da ist noch einer. Der ist ganz niedrig. Der ist, würde ich sagen, mittel, oder? Naja, der ist hoch. Geschafft. Geschafft. Ich hoffe, man hört von draußen nicht zu viel Lärm. Ich habe das Fenster offen gerade. So. Ja, klar, es ist 12 Uhr und die Kirchenglocken läuten. Eh klar. So, Region südlich von Hogwarts. Da fehlen uns noch drei Drohnen. Das ist nicht so wichtig. Ballons einmal. Und irgendwo ist noch ein berüchtigter Gegner. Das heißt, wir sollten nochmal schauen, in den Norden kommen und die suchen. Sagen wir mal, wie oft leuten die? Ich dachte, um 12 Uhr leuten die zwölfmal, oder nicht? Soll das nicht so funktionieren, anstatt einfach irgendwie Weg drauf los, oder so? Oh. Da ist wohl der berüchtigte Gegner. Hä? Aha. Okay. Interessant. Hier soll der... Oder ist das hier drinnen? Hä? Berüchtigter Gegner? Hier? Wo denn? Hallo? Ihr habt hoffentlich nichts dagegen, dass ich einfach mal reinschaue. Wir waren ja schon drinnen. Wo ist... Hä? The fuck? Hier ist niemand. Hier ist niemand. Was ist denn der Scheier jetzt? Ahrenscheier. Demigeist-Statue war hier. Aber hier ist nichts. Okay. Was für eine Verarsche. Wir sind auch schon direkt bei Hogwarts. Aber das Ding ist da. Aber es ist halt kein Gegner hier. Ich hoffe es ist nicht das, was die gemeint haben, was noch fehlt. Weil da ist halt nix. Und Ballons fehlen noch irgendwo. Wo auch immer die sein sollen. Oh, da ist... Alte Magie. Hä? Aber das ist dann schon eine andere Region wieder. Alte Magie steht hier gar nicht drauf. Das kommt hier. Oh, Alte Magie. Das ist... Der von der nächsten Region schon. Aber egal. Wenn wir schon mal da sind, macht man auch. Warte, war da oben irgendwas? Was? Geh. Geh. Du kannst es hier. Komm, Brinko! Äh... Spinne. Oh... Wow Okay, da drin sind jede Menge kleine Spinnen Okay, da geht's nicht nach oben Nein Landen im Moment nicht verfügbar, dann halt neid, mir ist es ja wurscht Ups, das wollte ich nicht So, okay Wow Keine Ahnung, wo hier noch Ballons sein sollen Ich sehe keine Es ist ja doch schwer zu erkennen, wo dieses Gebiet überall hingeht, wo das endet oder so Region südlich von Hogwarts Müssen also dieser Bereich hier sein Irgendwie, ne? Schauen wir halt nochmal auf die andere Seite dort Aber ich bezweifle, dass da noch irgendwas ist Revevio So, okay So, okay So, okay So, okay So, okay Das ist ein riesiges Camp Aber Keine Ballons So, okay 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 Ja Berüchtigter Gegner ist angeblich irgendwo Aber wenn es der ist, dann ist es ein Bug Was haben wir hier? Handbuchseiten fehlen uns hier noch Auch einmal Ballons Und zwei Landeplattformen beim Tal von Hogwarts Das ist dann der Bereich hier Da kann man sich hier importen Aha Hallo So So Einmal fehlen uns hier Ballons Dann fehlen uns Landeplattformen Da ziehe ich schon mal Ballons Da ist eine Landeplattform Hä? Was macht der Besen? Warum zieht der Besen so komisch hin und her? Ja, irgendwie Ich weiß noch was da zwar Ah, hier sind wir bei der Mine Okay Okay Einer der beiden fehlenden Landeplattformen ist gefunden Ja Ja Hier können wir nicht weiter aufsteigen Hier können wir nicht weiter aufsteigen Interessanterweise Ja 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 Da ist die andere Landeplattformen Vielleicht Vielleicht sehe ich mal nach Ja 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 Die andere Plattformen Erledigt Das gerade Genau zur richtigen Zeit Oder Part ist auch zu Ende Freunde Ich bedanke mich wieder für's Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal Ciao